Einen wunderschönen guten Tag, da draußen alle begeisterten Spongebob-Fans und willkommen hier zu einem brandneuen Projekt auf meinem Kanal. Etwas ungewöhnliches, denn es ist das erste Spongebob-Schwammkopf-Spiel auf meinem Kanal und zwar Battle for Bikini Bottom, dem Remake auf der Playstation 4. Ich möchte gar nicht lang rum schnacken, wir wollen natürlich mit dem Spiel sofort beginnen. Ich denke mal, alle kennen, wer Spongebob ist. Das ist dieser gelbe Schwamm links, den man hier sehr schön sieht. Wollen wir doch einfach mal sehen, worum geht es eigentlich in diesem Spiel und das lautet Spongebob-Schwammkopf-Kampf um Bikini Bottom. Let's go! Ich habe einfach mal geskartet, man kann es ja einfach mal machen, deswegen, was passiert hier eigentlich? Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikator-Trom 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehle in Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste, mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt, den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboter-Armee. Augenblick, ich mache nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein. Wartet, halt. Ich bin euer Meister. Ich habe euch erschaffen. Nein, 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 nein. Das gute Geschirr. Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiße ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay ist also das magische Wort? Früher war es a la Kazama, a la Bano Wiesen und den Kitana Fußballkriddle mit von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, Spongebob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter... Äh, Gary, warst du das? Ja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Miau. Was für eine fantastische Idee. Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Ähm, aber wie kann ich die Schilder lesen? Miau. Äh, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Miau. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich lege jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Erkunde die Küche. Erkunde das Schlafzimmer. Erkunde den Speicher. Erkunde die Abschälterkammer. Genau. Wir müssen auch eine ganze Menge, Menge, Menge lernen. Ja, genau. Ja, das hat auch Gary da geschrieben, ne, Spongebob? Ich bezweifle das. Komm, wir gucken erstmal ein bisschen Fernsehen. Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden, wohlgeschrecklicher Roboter angegriffen. So viel dazu, das still und heimlich zu klären. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mechanische Bedrohung verantwortlich ist, haben uns aber versichert, dass die betreffende Person sehr große Probleme bekommt. Oh-oh. Sagte ich, große Probleme? Ich meinte, so große Probleme, dass sie sich dem Fassungsvermögen entziehen. Wir halten sie auf dem Laufenden, während diese tragische Geschichte sicherlich noch tragischer wird. Ja, das war natürlich Plankton. Wer denn auch sonst? So, reden wir mal mit kurzem. Gary, die Kante, das kann ja nur... Mau. Deswegen war es so süß. Mau. Wir brauchen, um hier rauszukommen, einen goldenen Pfannenwender. Die müssen wir in diesem Spiel sammeln. Und wir brauchen glänzende Objekte. Das ist mehr oder weniger die Währung, die wir hier brauchen. Deswegen bleibt nicht viel übrig, außer dass wir ein bisschen sammeln. Ein bisschen Geld, Cash, Cash. Glänzende Objekte. Die gelben sind zwei wert, die roten sind eins, ein, ein Wert. Die blauen wahrscheinlich fünf. Also unterschiedliche Farben bedeutet unterschiedliche Werte. Wir sollen die Schilder ja lesen. Das sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das ist Spongebob bei seinen Aufgaben. Spongebob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abzuschließen. Und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten fünf verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvolle glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Das waren jetzt fünf Farben, oder? Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, Gelb 2. Gelb 2. Okay, was hat der? Was haben wir hier? Du kannst sehen, wie gut Spongebob sich macht, indem du R2 drückst. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte Spongebob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenwände Spongebob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks verlorenen Socken Spongebob gefunden hat. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen Spongebob besitzt. Man muss das Ganze mal angucken, so sieht das Ganze aus. Also oben links ist mehr oder weniger. Wir dürfen zwei Schläge einschlagen. Können wir zwei Schläge ein, aushalten. Und beim dritten, ja, sind wir tot, mehr oder weniger. Dann wollen wir einfach mal zehn Objekte ausgeben, um Zugang zu diesem Bereich zu bekommen. Und das ist das Schlafzimmer. Jawohl. Das Schlafzimmer glänzende Objekte. Ich bin Mr. Quibbs. Moment mal, das kenne ich doch irgendwo hier. Das Bild kommt doch bekannt vor. Ich weiß aber nicht mal, aus welcher Folge. Hier nochmal nachdenken. Unterhosen können wir nur sammeln. Können wir momentan nicht sammeln, wenn wir angeschlagen sind. Ich möchte die gerne sammeln, aber das geht leider gerade nicht. Spongebob kann springen, wenn du X drückst. Drückst du X, während Spongebob gerade in der Luft ist. Mach deinen Doppelsprung und komm noch. Das funktioniert aber nur einmal pro Sprung. Mach mal so. 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 Kann ich hier hoch? Nö, kann ich nicht. Okay. Okay. Die Leiter darf ich nicht benutzen. Sehr, sehr schön. Damit haben wir das Schlafzimmer erledigt. Dann gehen wir, glaube ich, Richtung Küche. Und dann mit den goldenen Pfannenwändler. Der goldene Pfannenwender. Uh. Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche im Bikini Bottom freizuscheln. Spongebob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. Okay. Also Pfannenwender sammeln, glänzende Objekte sammeln. Planton in die Schranken weisen und das Haus bzw. die Ananas verlassen. Tschüss, Gowie. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, Spongebob. Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenbohrer stehlen. Was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Ähm, das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Hm, nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment. Eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwänder sammeln. Goldene Pfannenwänder, wie? Spongebob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwänder in deinen Träumen. Abgemacht. Abgemacht, abgezackt. Wie so üblich bei Plankton. Das sind die Objekte, die wir wahrscheinlich mit Fiat attackieren können. Ja, natürlich. Und da kommen was natürlich raus. Glänzende Objekte und die brauchen wir. Oh, do die, do die. Und das sind die, die explodieren natürlich. Ja, natürlich. So muss das. Super Kombo. Kann man schleichen? Wahrscheinlich nicht. Machen wir das mal erst kaputt hier. Kann man ja mal bringen. Hintergrundbettel. Hintergrundbettel. Richtig. Drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Okay. Also. Jetzt habe ich glaube ich schon mal was versinkt gemacht. Genau so. Kombo. Kombo. Ultra Kombo. Was gibt es denn noch? Ultra, Mega, Giga Kombo oder was noch? Hallo, Patrick. Okay, Patrick. Schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die habe ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die habe ich noch doller verloren. Ein Rudelroboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut. Für jeweils zehn Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene True Tampi-Bette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Ja, Gesundheit, genau. Du musst auch noch das Socken sammeln. Socken, Pfannenwändern. Nicht vergessen, du magst die Wände der Schaltes musst du springen und kreisdrücken. Schön geöffnendes Klasse, Patrick. Springen und kreisdrücken. Ah, okay. Okay. Okay, ohne Countdown. Ja, ja. Halt, 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 da will ich hoch. Ich will auf Thaddeos Haus. Ich will ihn ein bisschen ausspionieren, von zwar von oben. Eine goldene Unterhose. Ah, das macht einen Platz frei. Sehr schön. Scheiß, Skampfattacke. Skampfattacke, Luftattacke. Hatte die mit Blasenkopf. Cool. Cool Idee. Auf jeden Fall. Da brauchen wir zehn Pfannenwänder, da brauchen wir 15 Pfannenwänder. Da kommen wir überall noch nicht hin. Dann brauchen wir fünf, um den Taxi zu ziehen. Aber wir können zu den Quallenfeldern gehen. Das funktioniert, da brauchen wir kein Pfannenwänder. Deswegen haben wir den Taxi rufen und go. Weil wir haben ja keinen Führerschein. Ah, die grünen Ügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Ach, 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 ach. Na toll. Au! 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 Thaddeus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Ja. Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ha, ha, oh, oh, ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddeus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Cool! Ich mag ja den Humor, ne? Ich mag diesen Humor. Ha, ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Das war klar, dass da oben noch was ist. Aber wir müssen hier Quallengelee für Mr. Mr. Thaddeus besorgen. Machen wir das doch einfach mal. So, Schampfattacke kreist. Das muss ich mir irgendwie noch merken. So greifen wir an. Können wir hier die... Auch noch attackieren? Jo, dürfen wir... Nein, 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 wir rennen doch nicht weg von den Robotern hier. Wir sind doch keine Weicheier. Doch, wir sind Weicheier. Wir sind ein Schwamm. Ja, ein lebendiger Schwamm. Rennen können wir hier nicht. Da bin ich gerne drauf. Dankeschön. Da ist auch nichts. Und weg damit. Geile Kombo. Okay, hier haben wir... Ja, eine Kiste. Ja, eine Kiste, ja. Wo wir unsere Fantasie freien Lauf lassen können, ne? Heute können wir keine Quallen fangen. Wo wir gar nichts mehr machen können. Alles, was wir uns vorstellen können. Ja, wir vierte Unterhose haben wir jetzt auch. Komm ich hoch. Okay, so komme ich da nicht hoch. Wollen wir uns doch erstmal hier umsehen. Roboter plätten. Dank mir. Ach, tschüss. Super Kombo. Mega Kombo. Ich glaube, da gibt es auch mehr glänzende Objekte, wenn wir hier Kombos machen. Okay, springen kann ich das auch machen. Nice. Oh, da gehen wir auf jeden Fall rüber. Das sieht hier geheimnisvoll aus. Okay, die Unterhose brauche ich nicht unbedingt. Oh, haben wir gleich hier schon einen Secret-Raum gefunden, oder wem? Wo ein goldener Pfannenwender ist. Das wäre super. Ne, aber eine Socke, die nehme ich auch. Dankeschön dran. Oh, da ist ein Pfannenwender, da ist ein Pfannenwender. Oh, jung. Okay, da ist ein Pfannenwender. Wie kommen wir da hin? Gute Frage. Nächste Frage. Ach, habe ich erwähnt, dass das blind von mir ist? Aber ich habe auf jeden Fall eine Socke haben wir hier so bekommen und ein Pfannenwender. Ja, okay. Okay, ich werde auch gleich hier geportet. Und, boah, super Monster. Komm, Kombi. Okay, da kommen wir von da oben irgendwie hier runter. Ja, so sieht das Ganze aus. Mal gucken, wie. Oder da muss eine Plattform oder so hin. Auf jeden Fall, wenn man gestorben ist. Man hat keine Leben. Also, das ist das Schöne. Aber, ja gut, die Gegner kommen zurück. Aber auch die... Wir können auch irgendwie einmal glänzende Objekte sammeln. Die Quallen, äh, können wir auch töten. Mega-Kombo. Jawohl. Ne, gibt nicht mehr. Schade, schade, schade. Okay, da brauchen wir schon mal für die Muschel 125 glänzende Objekte. Hier will ich hoch. Hier will ich hoch. Hier will ich hoch. Hier komme ich auch hoch. Ohne Probleme. Was haben wir da oben? Da haben wir nur eine Unterhose. Hier können wir uns ja mal umgucken. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Aber, Moment mal, komme ich hier nicht weiter? Ne, scheinbar nicht. Ne, das schafft Spongebob nicht, ne. Das schafft Spongebob nicht. Aber hier kommen wir nochmal hoch. So, so. Weg mit denen. Ach, doch. Okay. Hier kommen wir aber jetzt rauf. Und dann können wir springen. Ganz einfach. Kann man ja... Ne, Kamera darf ich hier oben nicht drehen. Das ist nicht erlaubt. Schade. Hätte ich noch ein bisschen mehr gesehen. Äh, Moment. Ah, wir bleiben bei den vier Unterhosen, auch wenn wir, äh, gestorben sind. Hier sieht man auch noch unten links, dass wir das Gelee brauchen. Ja, da unten war ich gerade schon. Da habe ich schon mal das Wasser begutachtet. Ah, wir können ja nicht schwimmen. Ah, wir müssen die Brücke wieder herstellen. Ja, da komme ich ja sowieso nicht drum herum, oder? Deswegen bezahlen wir das Ganze einfach mal. Genau. Schön repariert. Wir haben eigentlich nicht die Busche bezeichnet. Wir haben den, den, den Flieger da bezeichnet. Das sind Checkpoints. Checkpoint. Nice. Sehr schön. Mal kurz gucken. Wo sehe ich denn, wie viele Pfannenwänder? Wir haben, oh, Qualenfelder. Ah, hier sieht man, okay, da können wir auf die Details gucken. Oben auf den Hügel. Okay, wir haben hier quasi zwei, vier, sechs, acht Pfannenwänder und 14 Socken. Gut zu wissen. Gut zu wissen, weil das geht hier nicht. Nee, das geht leider nicht. Also, acht Pfannenwänder, die müssen wir suchen. Also, das Spiel, erster Eindruck, es macht Pfann. Äh, es macht Pfann. Es macht richtig Pfann. Weil wir müssen uns hier überall umgucken. Hier gibt es überall was zu finden. Okay. Alles klar. Oh, die Schreibung. Da muss ich noch vertraut werden. Fieck. Zuschlagen. Das haben wir hier. Lesen wir doch einfach mal das Schild. Eine Frierfrucht. Nur Patrick kann die Fierfrucht nutzen. Ah, um da drüben zur Socke zu kommen. Alles klar. Wasser einfrieren, dann zur Socke kommen. Also, ich muss hier nochmal mit Patrick hin. Wir können nicht nur Spongebob spielen. Wir können auch Patrick und Sandy spielen. Das sollte ich auch nochmal kurz erwähnen. Also, wir werden nicht nur Spongebob spielen. Mister Thaddeus können wir leider nicht spielen. Schade eigentlich. Thaddeus, ich liebe Thaddeus. Okay, da oben können wir auch noch hin. Wir müssen... Wir sind ja gezwungen, glänzende Objekte zu sammeln. Ich nehme lieber mehr glänzende Objekte mit als zu wenige. Ja, kein Funwender, nichts. Ist das Gleiche? Kein Funwender. Oder... Und das habe ich geschafft. Okay, dann schaffen wir das auch. Jawoll. Gucken, was das aktiviert. Das macht einen Weg für die Einsam-Insel da drüben frei. Ja, nice. Etwas zur Steuerung. Das wissen wir ja mittlerweile hier auch. Linke Analogstick, da mit bewege ich Spongebob. Mit dem rechten Analogstick, da bewege ich die Kamera. Und dann haben wir die zweite Socke hier schon gefunden. Dann bekomme ich bestimmt zurück. Das ist ja ein kleines Trampolin. Ja, klar. Juhu. Nice. Also, zweite Socke schon gefunden. Super. Bei den Quallenfällern, ich glaube nicht. Dass wir direkt alles finden werden. Oder dass wir alles direkt holen können. Das glaube ich nicht. Denn ich glaube, dass wir hier vielleicht auch noch irgendwie versteckte Fähigkeiten erlernen können mit Spongebob oder auch Patrick. Oder auch später Sandy. Das kann ich bestimmt nicht. Ich will es gar nicht versuchen. Ich will es gar nicht versuchen. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich bin in der Hose. Dankeschön. Ah, gar kein Problem. Was ist das hier? Eine Rakete? Kann ich das kaputt machen? Ja, natürlich. Wir können alles kaputt machen. Was macht denn Gary hier? Ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Nein, du bist im Meer. Aber ja, im Himmel, da kommst du vielleicht doch mal hier hin. Und ich befördere dich da auf den schnellsten Weg dahin. Das ist ein Bungee-Sprung. Spongebob kann ich einen Bungee-Sprung machen. Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lehentlich dorthin springen und ihn berühren. Drücke die X-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die Kreistaste drückst. Okay, holen wir uns den Pfannenwender. Ich wollte eigentlich den Pfannenwender haben. Da haben wir doch den Pfannenwender. So muss das. Nice. Und ich wollte es ja, wie schwerer machen. Oh, da hoch können wir auch. Moment. Weiter hoch geht es nicht. Das ist hier der Quallenkönig. Okay, da können wir irgendwas aktivieren mit. Ja, sauber. Hä? Ich darf da nicht hoch. Okay. Ist nur zur Deko da. Wahrscheinlich geht es hier nochmal weiter. Was ist das hier? Kommen da die ganzen Roboter raus, oder wie muss ich das verstehen? Ich weiß gar nicht, ob ich da unten auch hinkomme. Boah, hier gibt es so viel zu entdecken. Bei den Quallenfeldern schon. Checkpoint. Checkpoint. Oh mein Gott. Was hat denn der da? Einen richtigen Steak? Kein Kommentar. Die Gegner werden stärker. So viel kann ich schon mal sagen. Ach komm doch her. Ich habe doch keinen Schiss vor dir. Haben wir dich gerettet? Kann ich mit dir reden? Aber ich kann... Ich darf dich auch verprügeln. Komm. Macht doch Spaß. Ist ja nur ein Kinderspiel. Wir verprügeln dir die ganzen Dorfbewohner. So muss das. Und nicht anders. So, die ersten Part machen wir 30 Minuten lang. Und beim nächsten Mal machen wir dann den Rest hier von den Quallenfeldern. Ich habe erst einen goldenen Pfannenwender gefunden. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Okay, da komme ich auch irgendwie hoch. Irgendwie ist gut. Weg. Super Combo. Tausend glänzende Objekte. Hey, Moment. Hier darf ich rauf. Okay, aber da drüben durfte ich nicht rauf. Sehr merkwürdig. Ah, hier könnte ich quasi runterspringen. Will ich das? Nein, will ich eigentlich nicht. Von da unten komme ich. Ich will nach oben. Halt. Spongebob, das muss funktionieren. Das muss funktionieren. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt den anderen Weg. Und zwar von hier. Oder von da oben. Da oben kommen wir doch wahrscheinlich auch noch hin. Ne, da komme ich nicht hoch. Wahrscheinlich geht es hier weiter. Oh, darf ich Bullen? Darf ich Bullen spielen? Spongebobus, da ist ein Blasenbuss. Bullen beherrschen, um dieses Spiel zu spielen zu können. Oh, nö. Ey, geile Idee. Geile Idee. Richtig geile Idee. Da gibt es bestimmt einen goldenen Pfannenwender dafür. Wenn wir einen Strike schaffen. Moment, hier muss es doch weitergehen. Da drüben. Oh, nicht nur erkunden. Nochmal gucken, wo es weitergeht. Halt. Genau, hier geht es doch auch runter. Ah, okay. Dann werde ich zurückgesetzt. Warum gibt es denn fürs Zurücksetzen eine Ladesequenz? Bitte? Gut, dass da hinten ein Checkpoint war. Also, so weit durfte ich jetzt nicht runtergehen. Okay. Okay. Aber gut zu wissen, da hinten darf ich also nicht hin. Ich will mich mal treffen lassen. Wir wollen mal gucken, wie das aussieht. Weil, an dir hole ich mir das zurück. Aua. Die sind doch eigentlich gar nicht so schwer zu wissen. Ich gehe mich gerade nur ein bisschen dämlich an. Ja, man wird zurückgesetzt, als wenn man gestorben ist. Okay. Also, wie gesagt, wir können hier gar nicht alles holen. Denn wir können das Blasenbowling noch nicht machen. War das irgendeine Bedeutung, was, dass die hier blau sind? Ich denke. So. So. Zack. Alles weg. Meine Unterhose, die können wir nicht mitnehmen. Also, mit Unterhosen werden wir hier zugeschissen. Schenke öffnen ist klasse. Klasse. Die Unterhose brauche ich nicht. Hier ist auch nicht mehr. Nee. Hier ist auch nicht mehr. Kein Pfannenwender. Es glänzt. Kein Pfannenwender in der Nähe. No. No Pfannenwender. Das ist Schlamm. Spongebot und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass die nicht in den Schlamm fallen. Ich hätte gesagt, das Wasser ist und nicht Schlamm. Aber hey. Wir sind doch schon unter Wasser, ne? Deswegen funktioniert ja das auch nicht anders. Dass man das als Schwamm bezeichnen muss. Schlamm. Nicht Schwamm. Wir sind ja der Schwamm. Für die Unterhose gehe ich da jetzt nicht rüber. Das ist es mir nicht wert. Bei einem Pfannenwender sieht die Sache schon wieder anders aus. Das kann doch nicht sein. Das ist hier. Das ist hier. Wir bisher nur einen Pfannenwender gefunden haben. Wow, wow, wow. Moment. Ah, hier komme ich dann quasi wieder zurück zum Anfang. Zumindest haben wir zu viele Gegner. Ah, die kommen wahrscheinlich hier raus. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Ah, okay. Das geht auch noch in die Luft. Okay, hier hoch sollten wir ja. Ja, da können wir noch ein bisschen was einsammeln. Das werden wir auch mal machen. Also einmal muss ich mit Patrick... So, einmal muss ich auch noch mit Patrick hier zurück. Gut. Ja, das funktioniert doch. War doch klar. Ja. Gleich weiter. Und dann gleich noch mal weiter. Jetzt sind wir hier drauf und haben eine Socke. Die vierte Socke. Und die dritte in diesem Level. Moment, hier geht es noch weiter. Nein, hier geht es wieder zurück. Okay. Ich habe nichts gesagt, aber für eine Socke... Also die Socken sind irgendwie nicht so schwer versteckt. Aber die Pfannenwender, die haben schon in sich... Gut, wir haben, glaube ich, hier... Wie viele Socken waren das? 13 Socken. Ich glaube, ja. Die Maschine, die dort schraubt und zischt, ist eine Mobility... Rund 1000. Der produziert weiterhin Roboter, bis das er zerstört wird. Er selber vor sich, sonst knallt es ordentlich. Danke. Das hätte ich auch... Hätte ich auch früher wissen müssen. Und nicht erst jetzt. Hören wir mal hier auf den Schalter und pegen einen goldenen Pfannenwender. Ja, sauber. Und im nächsten Part gucken wir mal, wie es hier weitergeht bei den Quallenfännern. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder bei diesem wunderschönen, richtig geilen Spiel. Spongebob, Schwammkopf, Kampf und Bikini-Button, dem Remake auf der Playstation 4. Also, mach's gut. Hau da rein. Und tschüss.